Wenn ich einmal ein peinliches Foto von mir selbst irgendwo gepostet habe, dann helfen auch die besten Privatsphäre-Einstellungen nichts mehr. Gleich und die ältere Generation greift lieber zur Zeitung. Ja, also soziale Medien sind grundsätzlich natürlich nicht lebensnotwendig. Also YouTube ist ja wenig wie Fernsehen, nur dass man halt seinen Senf auch dazugeben kann. Die sozialen Medien sind aus meiner Sicht sogenannte Ich-Absauger. Irgendwas hinschreiben geht leichter mal. Es gibt leider kein eigenständiges Internetrecht oder Social-Media-Recht.